Beim Multitool ist es oft so, dass du entweder eine sehr, sehr brauchbare Zange hast oder aber eine sehr, sehr brauchbare Schere. Und dieses Tool hier von Nexttool, das hat beides. Und wenn du wissen willst, was es kann, was es nicht kann und ob das auch etwas für dich ist, dann bleib dran. Hallo und willkommen, das ist der Renny Rossow vom Survival-Ship-Eolivingskunst. Schön, dass dabei bist. Hier ist es, das Nexttool, Flagship Pro. So heißt dieses Teil. Und das hat mir der Tactical Dead Germany zugeschickt und der macht einen Passaround. Also dreimal Englisch und ich hoffe, ich habe alles richtig ausgesprochen. Aber der Punkt dabei ist, dieses Tool wurde mir vom Tactical Dead als neuartig und revolutionär angepriesen im Vorfeld. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich bin ja immer offen für die Dinge und habe aber auch nicht allzu viel Erwartungshaltung gehabt. Was, wirklich? Sondern da habe ich mir gedacht, schauen wir es uns mal an. Und als es dann angekommen ist, habe ich es rausgenommen und habe mir gedacht, ja, okay, ja, wie fühlt es sich an? Es erinnert mich irgendwie an Gerber. Jetzt nicht von der Funktion, sondern von der Qualitätsstufe. Also ich habe jetzt, ich habe zum Beispiel den Leatherman Search, da habe ich ein Video dazu gemacht, gebe ich da den Link da oben. Und den mag ich sehr gern und der ist auch wirklich vernünftig verarbeitet. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel Victorinox hier nehme von der Verarbeitung her und das hat der jetzt mal nicht. Also ich fange beim Negativen an. Aber ich habe mir gedacht, das ist relativ leicht. Vom Gewicht her ungefähr wie der Wave. Also es kann etwas sein, was man mitnimmt. Und habe aufgemacht, habe gesagt, okay, Zange, nett, dass man da die Seitenschneider auswechseln kann und Feder unterstützt, das ist beim Zangenarbeiten sicher nett. Spitzzange, ja, okay, naja, gut, okay. Habe wieder zugemacht, habe gesagt, okay, Messer. Das Messer ist als Zweihandöffner konzipiert, kann es mit einer Hand aufmachen, vielleicht, weil ich akrobatisch bin. Ob das jetzt 42 Akkern fahren ist, klärt das bitte intern in Deutschland. Es ist auf jeden Fall so, dass es als Zweihandöffner konzipiert ist und ich kann ihn mit einer Hand aufmachen. Aus. Schreib mir einen Kommentar, wenn du magst. Dann habe ich gesagt, okay, das ist ganz nett, ja, war, ja, ist jetzt unscharf, weil ich habe jetzt nichts mehr gemacht, war auch scharf, haben wir gedacht, okay, die Klingenform ein bisschen anders, so, ja, gut, passt auch. Dann habe ich das hier hergenommen, habe gesagt, okay, die Säge, Sägenrecken scharf, Säge, ja, schaut vernünftig aus, ja, dann da so ein paar kleine Teilchen, dann Flaschenöffner und das hier und da, ja, okay, 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 habe ich mir gedacht, okay, super, da habe ich jetzt so einen kleinen, einen kleinen Aufbruchhaken, schätze ich mal, dass das ist. Ich habe den auch dann noch benutzt zum Federsticks machen, es geht auch gut und ein Kreuz drauf und, ja, aber da haben wir gedacht, ja, und der Clip ist dabei, okay. Und dann haben wir gedacht, und da war der Penny auch dabei, der bei mir mitarbeitet und habe gesagt, ja, es ist eh okay, naja, und leg's weg. Und wie ich's weglieg, fällt mir das hier auf und ich denke mir, was ist das? Und mache auf und sage, Ah, eine Schere, und zwar wirklich eine große, brauchbare Schere. Und das Konzept ist für mich zumindest, vielleicht gibt's das woanders schon, aber neu. Und ich habe auch gedacht, warte mal, jetzt wirklich, ich habe eine richtig schöne, gute, brauchbare Zange. Kann man alles wechseln und da unten ist auch doch so ein, weiß ich nicht, ist das zum Abisolieren. Schön, super. Ich habe ein Messer, Säge und ich habe auch wirklich eine vollwertige, coole Schere. Und dann haben wir gedacht, okay, vielleicht ist es doch revolutionär und vielleicht will ich es mir doch genauer anschauen. Und das habe ich dann auch getan. Ich habe dieses Tool, ich habe jetzt die Geschichte erzählt, wie ich das interpretiert habe, ich hoffe, ich habe dich nicht gelangweilt, aber das waren so meine Gedankengänge. Und mir würde interessieren, wie deine Gedankengänge sind, wie du eine neue Ausrüstung hast. Überlegst du das auch oder sagst du einfach gleich von vornherein, Schaß oder super, ich weiß nicht, wie du das machst, schreib mir da einen Kommentar, würde mich interessieren. Aber dann hat es mich interessiert und dann habe ich gesagt, Benni, ich nehme das mit. Und ich habe das jetzt einige Wochen und der Benni hat auch gesagt, wir sollten das einmal wieder weiterschicken, weil der will ja diesen Passaround machen. Und ja, ich tue das jetzt. Da ist dann noch der Dosenöffner dabei, der ist auch relativ scharf, das ist ganz gut und da vorne ist so ein kleines Hackerl dabei, was weiß ich, was das ist. Und das da, glaube ich, das ist für den Elektriker zum Abisolieren. Aber wurscht. Ich habe das Teil jetzt sehr intensiv getestet und tactical, es tut mir leid, ich habe es sehr trägig gemacht. Ich werde es ölen und putzen, wenn ich es dann an den Nächsten weiterschicke, aber ich habe dem wirklich nichts geschenkt, dem Teil. Und muss sagen, zwei Dinge, Gutes und Schlechtes. Ich fange den Schlechten an. Das würde dir am liebsten zeigen. Wenn ich das Messer jetzt zum Beispiel, das ist ein Buchenscheitel, also etwas härteres, jetzt so hernehme und gerade mache, weil ich da ausschnitzen will, dann passiert Folgendes. Und zwar durch den Druck, der hier auf die Klinge geht, hüpft der Liner-Lock über den Klingenteil drüber und ich kann den dann nicht mehr zumachen. Der lässt sich jetzt nicht mehr schließen. Jetzt muss ich hergehen und das Messer nach hinten drücken, erst dann kann ich den Liner drücken. Das ist zum Beispiel auch, wenn du das zum Beispiel so aufmachst, dann springt hier der Liner drüber und den kriegst du jetzt auch nicht mehr zu. Du musst das Messer nach hinten ziehen, warte mal, so, jetzt kriege ich es nicht hin und dann zurücklacken. Vielleicht ist das nur ein Verarbeitungsfehler bei diesem Prototyp. Und ich gehe davon aus, dass das so ist. Weil wenn das in Serie so wäre, wäre es unangenehm. Ich bin mir sicher, das ist ein Prototypen-Problem. Ich muss es besprechen, ja, aber ich glaube, dass man das hinkriegt. Das ist jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt meinen Leatherman Search hernehme, im Vergleich, ja, ziemlich gleich aufgebaut, ja, und da passiert das nicht. Ich denke, das ist noch ein Fabrikationsthema, aber ich bin mir sicher, die Burschen werden das hinkriegen und dann ist das top. Und das Zweite, was ich auch sagen muss, ist die Säge. Viele Leute schreiben oder manche Leute schreiben mir rein, du bist immer nur am Meckern und du bist zu gemein und zu unfair zur Ausrüstung. Ich bin nicht unfair, sondern ich sage nur das, was ich meine. Und ich sage das wertschätzend. Die Säge funktioniert nicht so toll wie jetzt zum Beispiel die von einem Schweizer Taschenmesser. Okay, kann man sagen, ja, ist okay. Oder wie die von dem Leatherman und wie viele andere Sägen. Ich weiß nicht, es ist ja ein Prototyp jetzt noch. Da ist vielleicht die Säge noch nicht hundertprozentig so richtig top ausgearbeitet. Wenn sie das ist, dann wird auch die Länge reichen. Aber momentan fehlt mir noch ein bisschen der Biss. Aber ich bin mir sicher, dass die das bald hinkriegen. Wir haben das für einen Feuerstahl anreiben benutzt. Alles super wunderbar. Ich habe es auch Teilnehmern in die Hand gegeben beim Survival Training, die auch ganz begeistert waren. Super. Also das sind die zwei Punkte, die mich ein bisschen stören. Aber jetzt kommt das Licht. Jetzt kommt das Licht. Und das ist meine Betrachtungsweise. Ich habe immer geglaubt, ich brauche ja nur eine Zange und die Schere brauche ich eh fast nie. Aber seit ich eine richtige Schere mit dabei habe, brauche ich die Schere öfter. Zum Beispiel, wenn ich ein Seil oder eine Schnur abschneiden will, jetzt kannst du sagen, das machst du nie. Ist okay, ich mache das halt öfter. Was soll ich tun? Es ist vom Berufswegen so. Wenn wir fürs Feuerbohren was abschneiden, wenn wir ein Tab aufstellen, wenn wir eine Plane aufspannen, ich mache das andauernd. Und da habe ich immer das Messer genommen. Und jetzt nehme ich das hier. Oder wenn wir wilde Karotte zum Beispiel sammeln. Das haben wir heute gemacht. Ich komme zurück von einem Solar Viral Training. Ich bin noch angezogen, nur verschwitzt und so. Muss dann eh nachher duschen gehen. Aber der Punkt ist, ich suche die wilde Karotte mit den Leuten und schneide ihnen dann die Karotte mit diesem Messer runter. Die ist nicht so dick und so groß wie eine Karotte aus dem Supermarkt. Dünner. Das geht super. Früher, ich habe mich einmal voll reingeschnitten da, wie ich das gemacht habe. Das ist jetzt vorbei. Danke. Danke. Und das finde ich echt toll. Wirklich toll. Ich meine, wenn dir das Thema Nahrung interessiert, gebe ich da unten den Link auf meinen Nahrungs-Online-Kurs, wo ich dir über das gesamte Jahr über Nahrung zeige. Auch die wilde Karotte. Link zu dem Video, wo ich das auch beschreibe, gebe ich da da oben. Also das ist wirklich was. Und das taugt mir total. Und ich finde es jetzt voll kacke, dass ich das wegschicken muss. Also Tactical Dad, lass deine Beziehungen spielen. Ich zahle auch dafür. Ich will nichts geschenkt haben. Aber ich habe nämlich nächstes Tool eh schon geschrieben. Ich hätte gern sowas zum Kaufen. Habe aber noch nichts zurückgekriegt. Vielleicht wissen die nicht oder so. Kümmer dich bitte darum. Ich will so eins. Wirklich, ich will so eins. Dann ist da vorne noch so ein Glasbrecher, glaube ich, drauf. Da ist da so ein hartes Ding. So bumm. Ich finde das Tool wirklich toll. Jetzt ernsthaft. Ich finde das Tool von den Funktionen her wirklich toll. Aber einen Punkt mag ich noch mal anbringen. Das ist jetzt der Prototyp, so wie ich das verstanden habe. Es gibt jetzt, ich meine, das muss Next Tool und Next Torch, das ist ja eine Firma, wie ich mir Sagen habe lassen. Sie müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Wollt ihr in die Qualitätsstufe eines Leatherman oder Victorinox gehen mit dem hier oder nicht? Oder wollt ihr es in der Günstigschiene lassen? Das ist eure Entscheidung. Das ist alles okay. Nur ist es dann so, dass ich halte es für extrem brauchbar. Und wenn diese Kleinigkeiten, die ich da jetzt besprochen habe, draußen sind, ist das wirklich super. Das ist nur mein Empfinden. Wenn das in so einer Verarbeitungsqualität wie ein Victorinox zum Beispiel schaffbar wäre, oder zumindest so wie ein Leatherman, dann wäre das ein absoluter Wahnsinn. Ihr ist total super. Wobei ich es so auch gern habe. Und ich glaube, dass Sie das nicht machen werden, sondern dass Sie auf diesem Bereich bleiben, weil ich sicher bin, dass das auch alles nicht so einfach ist. Ich mag es. Und ich finde es voll traurig, dass ich es wegschicken muss. Ernsthaft. Wenn du Informationen willst, dann gebe ich dir vielleicht da unten den Link. Ich weiß noch nicht, wo man das kaufen kann und wie das geht. Ich gebe da unten einen Link. Schau nach in der Beschreibung, wo man das kaufen kann. Wenn ich das weiß, gebe ich dir das. Wenn noch nichts drin ist, dann weiß ich es noch nicht. Aber wenn du das Video erst irgendwann in einem Jahr siehst, schau runter und schau dir das an. Ich kann es dir empfehlen. Wenn du in diesem Bereich etwas suchst und das war es. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Ich mag dich um einen Kommentar bitten. Sag mir, wie du das empfindest. Hast du das schon? Erzähl mir da ein bisschen was. Schreib mir einfach was, da würde ich mich irrsinnig freuen drüber. Link zum Online-Kurs, diesen Nahrungs-Online-Kurs mit der wilden Karotte, die man aus der Wiese und aus dem Waldrand sammeln kann, gebe ich dir auch da unten. Billige Eigenwerbung ist eh ganz klar. Danke, Tech-Dactual-Dat, für die Möglichkeit, dieses tolle Tool zu testen. Da hast du mir wirklich eine Freude damit gemacht. Ich gebe auch den Link auf den Tech-Dactual-Dat da unten, also schau mal bei dem rein. Danke fürs Dabeisein. Dein Rainer Rossmann. Abo, paar andere Videos zum Anschauen. Hat mich gefreut. Ciao.